Hallo und herzlich willkommen hier bei Euromax Leben und Kultur in Europa. Wir haben heute wieder jede Menge tolle Themen für Sie, unter anderem diese hier. Es glitzert und glänzt in diesen Tagen ganz besonders in Österreichs Hauptstadt. Bei den Wiener Schmucktagen präsentieren österreichische und Schmuckdesigner aus der ganzen Welt ihre Arbeiten. Und die sind längst nicht mehr nur aus Gold, Silber oder Edelsteinen, sondern auch aus Materialien, die man so vielleicht erst mal gar nicht mit Schmuck in Verbindung bringen würde. Einige Stücke haben es sogar ins Museum für angewandte Kunst geschafft. Von der österreichischen Hauptstadt Wien sind es rund 1000 Kilometer Luftlinie zur französischen Hauptstadt Paris. Und dort beginnen wir unseren heutigen Euromax Express. Das sind unsere drei kurzen aktuellen Meldungen aus der Welt von Euromax. Jeder, der es schon mal ausprobiert hat, weiß, Virtual Reality ist extrem faszinierend. Sobald man die spezielle Brille aufgesetzt hat, verschmelzen Fiktion und Wirklichkeit und man kann staunend die unglaublichsten Welten entdecken. In der Schweiz betritt jetzt auch ein Choreograf die virtuellen Dimensionen und bittet sein Publikum in der Parallelwelt zur Tanzaufführung. Zunächst müssen sich die Teilnehmer aber an die ungewohnte Umgebung gewöhnen. Genussexperimente heißt unsere Serie in dieser Woche. Darin zeigen wir Ihnen Restaurants in Europa, die auf ganz unterschiedliche Weise mit Zubereitungsarten oder Zutaten experimentieren, um ihren Gästen ein außergewöhnliches kulinarisches Erlebnis zu bieten. Auf der spanischen Insel Ibiza wird der Restaurantbesuch selbst zum Erlebnis. Denn das Dinner im Restaurant Sublimotion wird als aufwändiges Event inszeniert. Das hat natürlich leider auch seinen Preis und erklärt, warum das Sublimotion zu den teuersten Restaurants der Welt gehört. Ja, wirklich unglaublich, was heutzutage alles möglich ist. Die Schneidermeisterin Rosalie Postatny hantiert mit Stoff und Schere ganz klassisch und bringt so neuen Schwung in alte Traditionen. Der Trend zu trachten hat in Deutschland in den vergangenen Jahren wieder zugenommen. Nicht nur auf dem Oktoberfest in München sieht man immer mehr Dirndl und Lederhosen. Und auch gerade junge Leute interessieren sich für die traditionelle Kleidung bestimmter Regionen. Rosalie Postatny aus Franken hat daraus ihren Beruf gemacht. Ja, und selber machen ist gar nicht so schwer. Zumindest nicht mit unserer Rubrik DIY, also Do-It-Yourself. Darin zeigen wir Ihnen jede Woche, wie Sie Ihr Zuhause mit originellen Ideen noch schöner gestalten können. Zum Beispiel mit einem selbst gebastelten Schild im Vintage-Look. Wie Sie es schaffen, dass neue Dinge ganz schnell ziemlich alt aussehen, zeigt Ihnen jetzt unsere Expertin Franziska Kuides. Ja, wieder mal eine tolle Idee. Weitere Do-It-Yourself-Folgen finden Sie auch auf unserem YouTube-Kanal. Suchen Sie einfach nach DW Interior Design und Sie finden neben unserer Rubrik DIY viele weitere Beiträge rund um die Themen Inneneinrichtung, Design und Architektur. So, das war es leider schon wieder von uns für heute. Wir sehen uns morgen wieder, wenn Sie mögen, zu einer neuen Ausgabe von Euromarx. Tschüss, bis dann. Untertitelung des ZDF für funk, 2017